Wenn sie nicht losfliegen, wird der Sonnenaufgang uns töten. Sie sind einfach gefallert, weil sie bezig waren. Wir haben nur eine Chance, wenn wir Richtung Westen fliegen. Bewahren Sie Ruhe. Ich verspreche Ihnen, dass wir eine Lösung finden. Was glaubst du, wie lange das noch gut gehen kann? Wir müssen uns auch gegenseitig vertrauen. Wohin fliegen wir? Into the night. Seid gegrüßt, gebe Seelen-Junkies. Wenn ihr Bock auf eine Mischung aus Endzeit-Thriller und klaustrophobischem Kammelspiel habt, dann haben wir vielleicht heute genau das Richtige für euch. Und nein, damit meine ich nicht etwa die Quarantäne aufgrund der Corona-Pandemie. Ich rede hier tatsächlich von Belgien. Genauer gesagt von der allerersten belgischen Netflix-Originalserie. Und in dieser ist ihr Name tatsächlich Pokeram. Denn in Into the Night geht es um nichts weniger als den Untergang der Menschheit. Und zwar nicht etwa mittels einer weiteren Zombie-Apokalypse, sondern weil das Sonnenlicht aufgrund einer physikalischen Reaktion plötzlich zur tödlichen Bedrohung wird. Und ja, so abwegig ist das ja gar nicht. Das Ozonloff wird ja auch immer größer und die UV-Strahlung immer aggressiver. Und wie es in so vielen Endzeit-Geschichten der Fall ist, handelt auch die Serie von einer Gruppe bunt zusammengewürfelter Personen, die von alledem, ja jetzt kann man sagen zum Glück, oder halt eben zu ihrem Pech, egal von welcher Seite aus man das betrachten möchte, überhaupt noch nichts mitbekommen haben. Sie sind nämlich alle gerade im Begriff mit einer belgischen Linienmaschine von Brüssel nach Moskau zu fliegen. Als sich der Nachtflug so langsam dem Staat nähert, kapert ein italienischer NATO-Soldat die Maschine und zwingt den Piloten nicht wie geplant in den Osten, sondern gen Westen zu fliegen. Denn wie wir alle ja gelernt haben, die Sonne geht im Osten auf und im Westen geht sie unter. Dumm nur, dass der bewaffnete Offizier der Einzige ist, der bisher von der tödlichen Bedrohung durch die Sonne erfahren hat. Die Crew und die Besatzung halten das Ganze eher für einen gezielten Terroranschlag und nicht für das, was es eigentlich ist, nämlich ein Wettlauf gegen die Zeit ums eigene Überleben. Die sechsteilige erste Staffel ist dabei ein wilder Mix aus der legendären US-Mystery-Serie Lost und dem gesellschaftskritischen Horror-Schocker der Schacht. Man muss aber bei all solchen filmischen Endzeit-Szenarien definitiv seine eigene Logikbremse im Kopf lösen, um sich voll und ganz auf dieses subtile Bedrohungsszenario einlassen zu können. Und ja, ich muss sagen, dass sich einige der Fluggäste wirklich phasen, weil sie wirklich extrem dumm und naiv verhalten. Ja, aber trotzdem hat es die Serie irgendwie geschafft, nicht bis zum bitteren Ende bei der Stange zu halten. Hinter der Serie steckt dann tatsächlich auch niemand Geringeres als Jason George, der bereits Hitsäen wie Narcos und Scandal aus dem Boden stampfte. Und aufgrund der internationalen Besetzung besteht auch der Cast aus Schauspielern und Schauspielerinnen aus verschiedenen Nationen. Ja, und so hat es dann auch der deutsch-türkische Ex-Tatort-Kommissar Mehmet Kotulus an Bord geschafft und eine Rolle ergattert. Und meiner Meinung nach sogar eine mit der sympathischsten. Wir sind wie immer extrem gespannt auf eure von uns hochgeschätzte Meinung. Ist die Serie in euren Augen Schrott oder eher ein Hit? Wir wünschen euch noch einen entspannten 1. Mai. Viel Spaß mit dem offiziellen deutschen Trailer. Bleibt gesund und bis bald. Beide gesund. Wir schauen uns zum nächsten Mal. Bonsoir. Degagez ! Degagez ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouvre cette porte ! Tu nous sors d'ici maintenant ! Je suis en train de vous sauver la vie ! Si on ne décolle pas d'ici, le lever du soleil va tous nous tuer. Putain, dites-nous ce qu'il se passe là ! Les gens qu'on a laissés à Bruxelles, ils sont dans le danger ? Gardez votre calme ! Je promets qu'on va trouver une solution ! Il faut juste qu'on garde toujours le Cap vers l'Ouest ! Excusez-moi, il n'y a pas vrai ! Le prochain aéroport est au nord de l'Écosse ! Le soleil se lève dans deux heures ! Ça dit qu'on a plus une seconde à perdre ! Les gens sont en train de faire l'Ouest ! Je suis d'accord que si on doit travailler ensemble, il faut qu'on soit à confiance. Ich denke, du menschen. Du menschen. Du menschen, okay? Wie lange dauert das noch? Wir verraten nicht den carburanten. Wir sind tot. Wir verlieren einen Motor. Wir sind tot. Wo sind wir? In der Nacht. Dann zwar in der Anschluss am Moment. Bis zum nächsten Mal.